Alles gut? Wenn es gar nicht geht, fährst du in die Box rein. Bis dahin musst du es aber noch schaffen. So, ich schiebe mich jetzt mal zurück. Bei dir alles gut? Okay. Mach mal trotzdem, wenn du hochkommst. Den muss ich hier noch reinmachen. Jawoll, setz dich wieder hin. Wenn es allerdings doch gehen sollte, fährst du einfach weiter. Manchmal ist es ja nur der Schreck. Der schiebt dich zurück. Okay, kannst weiter fahren.